Vor einigen Wochen machte Sänger Pietro Lombardi seine Beziehung mit Influencerin Laura Maria Ripa bei Instagram offiziell. Doch die Fans des Musikers wollen endlich Details zur Liebes-Reunion erfahren und löchern Pietro bei einer Fragerunde auf Instagram. Auf die Frage, seit wann er und Laura Maria Ripa wieder zusammen sind, antwortet der 30-Jährige ganz offen, Ich weiß nicht, wie lange wir wieder zusammen sind, aber auf jeden Fall lange. Und wieder zusammengefunden haben wir, weil sie den ersten Schritt gemacht hat. Dazu veröffentlichte Pietro ein Video, das ihn zusammen mit Laura und Hündin Akira in einer winterlichen Landschaft zeigt. Am Ende des Clips sieht man Pietro und Laura kuschelnd und küssend. Zu dem Video schreibt der ehemalige DSDS-Sieger, Unseren Urlaub vor 6 Monaten konnte ich nie mit euch teilen, jetzt schon. Wie glücklich Pietro mit seiner wieder neu entflammten Liebe ist, macht er mit seinen Worten zum Video ganz deutlich, Egal was andere sagen, egal wie kompliziert es manchmal sein kann, ich bin froh, dich an meiner Seite zu haben. Weiter verrät Pietro, dass das Paar noch in diesem Jahr zusammenziehen wolle.